Komm schon Leute! Aber abonnieren Sie zuerst unseren Kanal. Legen Sie die Kamera für einen Moment beiseite und beobachten Sie diese unglaubliche Geschichte. Stellen Sie sich vor, eine lebhafte Gruppe beschließt, zum Bäcker zu gehen, um Kaffee und Brötchen zu trinken. Doch das Unerwartete passiert und sie sind darin gefangen. Draußen beginnen sich die Demonstranten zu versammeln und zu feiern. Als hätten sie bereits einen großen Sieg errungen. Unterdessen verkünden die Grünen mit großer Begeisterung offiziell, dass sie mit Essen feiern wollen. Aber inmitten all dieser Verwirrung und Party ist das eigentliche Problem die Opposition gegen die AfD in Essen. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, werden in diesem Land von Zeit zu Zeit Aufrufe zur Gewalt laut. Es klingt fast wie eine Filmgeschichte, nicht wahr? Wir sind hier, um Ihnen alles zu erzählen, was in Essen passiert ist, und es war verrückt. Ein Reporter hat gerade etwas verwirrend über die Ereignisse berichtet, aber eines ist sicher. Einer von ihnen erregte wirklich Aufmerksamkeit, indem er den Phönixvogel hervorhob. Es scheint, dass der Moderator seine Stimme erheben und gegen die AfD auf die Straße gehen will. Inmitten all dessen beschloss ein bekannter Grünen-Politiker, über das Thema zu sprechen und machte deutlich, dass viele Menschen die AfD nicht mögen. Wir wollen Ihre Meinung wissen. Interlassen Sie Ihr Kommentar zu diesem Partitag. Und wenn Sie interessantes Material haben, schicken Sie es uns. Es passieren so viele wichtige Dinge, die wir lösen müssen. All dies teile ich, um eine friedliche Lösung von Konflikten zu fördern. Was gestern passiert ist, war wahres Chaos. Wenn ich über etwas diskutiere, verwende ich normalerweise Argumente, aber es wurde auf eine Weise angespannt, die mich überraschte. Gestern haben wir ein Video darüber gemacht, was passieren würde. Und es ist tatsächlich viel passiert, besonders auf der anderen Seite. Und hören Sie hier nicht auf. Es gab auch Leute, die die Polizei kritisierten, weil sie es nicht mit den echten Radikalen zu tun hatte, sondern mit wehrlosen Journalisten. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Ihnen alles zu erzählen. Kann mir jemand erklären, warum es so schwierig ist, friedlich und ehrlich auf die Straße zu gehen? Kämpfen diese Menschen schließlich nicht für Einheit und Vielfalt? Es scheint, dass wir über ein Parteienszenario sprechen, in dem Pluralismus gepredigt wird, dieser jedoch nicht immer respektiert wird. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu diesem Thema, da der Phoenix-Moderator einen ernsten Kommentar abgegeben hat, der andeutet, dass er ebenfalls protestieren möchte. Obwohl ein Interviewpartner behauptet, dass alles friedlich verlief, habe ich meine Zweifel. Lassen Sie uns zum Ende dieser Geschichte gehen und sehen, was wirklich passiert ist. Der Demonstrationszug verließ Essen und startete am Hauptbahnhof. Und wissen Sie, was erstaunlich ist? Alles ist super friedlich. Die Menschen applaudieren, glücklich, gemeinsam, Arm in Arm. Das ist der Geist hier. Hey, legen Sie die Kamera für einen Moment beiseite und machen Sie mit. Wir möchten Ihnen zeigen, was unabhängiger und neutraler Journalismus ist. Der Moderator ruft, komm mit, mach mit. Wir sind hier, um dem Faschismus in unserem Land entgegenzutreten. Ehrlich gesagt spüre ich gerade etwas ganz Starkes. Denn diese friedliche Demonstration ist etwas Unglaubliches. In unserem neuesten Video zeigen wir, wie wichtig dieser Zusammenschluss ist. Abonnieren Sie also den Kanal und teilen Sie diese Videos. Das hilft ungemein, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Bedauerlicherweise kam es zu Unruhen gegen die AfD, mit Plakaten und sogar Drohungen, ihre Mitglieder aufzuspüren. Lasst uns die Botschaft weiter verbreiten, um Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. Leute, ich verstehe wirklich nicht mehr, was das mit Frieden zu tun hat. Bevor wir über den WDR-Reporter sprechen, muss ich eine wichtige Aussage der Grünen erwähnen, die unglaublich ist. Schauen wir uns das zuerst an. Der WDR-Reporter wird uns erzählen, was passiert ist und dann zählen wir die verhängten Strafen oder die bisherigen Ereignisse auf. Was er beschrieb, ist wirklich beeindruckend. Dafür gebührt ihm Anerkennung. Zumindest sagte er etwas, das für die AfD positiv sein könnte. Sie bemerkten, dass sich um die Brauerei herum eine Barriere gebildet hatte. Und so saßen sie in der Bäckerei fest. Kannst du dir vorstellen? Am Ende tranken sie Kaffee und aßen Brötchen. Währenddessen feierten die Demonstranten draußen, als hätten sie gewonnen. Die Polizei kam und versuchte, sie zu entfernen. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Einer Gruppe gelang es endlich, aus der Bäckerei zu entkommen, in der sie gefangen waren. Dies scheint immer wieder vorzukommen und ist Teil einer Strategie, die Parteitagslogistik zu erschweren. Sie versuchen, den Beginn der Konferenz zu verzögern und den Delegierten das Eintreffen am Veranstaltungsort zu erschweren. Und sehen Sie, wir haben einen Reporter, der es geschafft hat, diese Geschichte auf sehr neutrale Weise zu erzählen. Er erwähnte, dass die Gruppe am Ende Kaffee und Kuchen in der Bäckerei aß, was trivial erscheint, aber wichtig ist, hervorzuheben. Ehrlich gesagt ist es ein bisschen geschmacklos, das Geschehene herunterzuspielen. Einige unserer Kollegen berichteten, dass sie mehrere Minuten lang in Seitenstraßen flüchten mussten, weil sie von Bürgern verfolgt wurden. Diese Situation ist sehr kompliziert und wir müssen auf alle Details achten. Wir haben weitere Details zu den jüngsten Ereignissen. Ich empfand die Situation als sehr gewalttätig, insbesondere als die Grünen demonstrierten. Die Grünen führten Aktionen durch, die viele Radikale anzogen. Ich weiß nicht, was sie darüber denken, aber einige dieser Aktionen sollten verboten werden. Einige Radikale gaben Anweisungen, wie man den AfD-Politikern das Leben sehr unangenehm machen könne. Das ist für mich völlig inakzeptabel. Anstatt die ganze Situation zu verurteilen, postete Svenja ab UN-UN-Hahn lediglich, dass die Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Essen riesig sei, mit vielen Menschen am drei Kilometer entfernten Bahnhof. Sie sagte, die Gegend sei bunt und unterstützend und das solle auch so bleiben. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was der von ihr erwähnte Code E2906 bedeutet. Aber wichtig ist, dass wir weiterhin über diese Ereignisse informiert sind und auf dem Laufenden bleiben müssen. Hier passiert etwas Merkwürdiges. Ein Geheimcode oder so etwas ist aufgetaucht. Und wenn Sie wissen, was es ist, kommentieren Sie es. Stellen Sie sich vor, ein grüner Abgeordneter, der auch Sprecher von Juve Entude Werde ist, hat über die Demonstration gepostet. Da frage ich mich, was ist mit dir? Sind Habeck und Baerbock wirklich die Grenze? Überlegen Sie genau, wo Sie Ihre Stimme abgeben. Ich habe eine Frage an Sie. Hat jemand auf diesem Parteitag etwas gesehen, das noch nicht veröffentlicht wurde? Schreiben Sie in die Kommentare. Glauben Sie, dass die Radikalen irgendwelche Konsequenzen haben werden? Oder werden Sie sagen, dass alles legitim war und nichts Schlimmes passiert ist? Ich erinnere mich an einige Plakate mit zweifelhaften Botschaften. Aber der Staatsanwalt schien damit einverstanden zu sein. Ich freue mich auf Ihre Meinung. Teile dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Ihre Aufmerksamkeit.